Konstruieren, Optimieren, Validieren. Hier bist du der Spezialist. Bei Robotern denkst du nicht an das, sondern an das. Wenn du nicht gerade hier unterwegs bist, findet man dich auch mal hier. Hier oder hier. Hier eher nicht. In diesem Studium findest du den perfekten Mix aus Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Weitere Infos erhältst du hier. Hier kannst du dich auch gleich bewerben. Lust auf noch mehr Klaas? Dann schau hier vorbei.